Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge von Minekraft Smash! Das bedeutet, heute schlagen sich Jump, Let's Play und meine Wenigkeit mal wieder ein bisschen auf die Fresse. Hey, wo bist du? Ah, du hast irgendein Item. Sonst würdest du mir nicht hinterherlaufen. Oh! Ich bin hier gar nicht... Natürlich, du bist mir... Du kranker Stalker! Ey, ich war die ganze Zeit hier oben. Ich hab dich doch letztens vor meiner Haustour gesehen. Ja, und? Ja, hör auf damit! Ich hab schon mal die Bullen gerufen. Und dann hab ich die Polizei gerufen und dann hab ich Manuel wegstratzen sehen. Wie ist er denn weggelaufen? Ja, wegstratzen. Kennst du das Wort nicht? Weg kennen? Ne. Wow! Ich wollte hier grad wissen, ob das ein ganz normales Feuerzeug ist. Nein, ist es nicht. Was? Junge, ich hätte doch... Ja, okay, ich hatte 112 Prozent. Was? Wohin bist du denn geflogen? Ja, sieben Kilometer weit weg. Nein! Hahaha! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, nee. Vor allem verstehe ich auch nicht, weshalb ich jetzt hier brenne. Oh! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, komm schon! Komm schon! Nein! Komm schon! Oh Gott! Jawoll! Nein! Da ist es! Hallo! Oh nein, nicht die Angel! Nicht die Angel! Nicht die Mama! Nicht die Mama! Nicht die Mama! Nicht die Mama! Ich muss hier irgendwie... hier muss ich rein! Nein! Oh! Hä? Was! Was? Du bist so ein Mies- Das... Jetzt ist dieses kleine... Oh, ich steck! Was?! Heck! 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 Och Mann! Ja! Na! Diese eine Animation davon war auch so gut wie sie... Ekekekekekekeke! Tollwieso ist denn hier unten nichts drin? Was hast du gesagt Edgar? Edgar! Er ist ein Opfer? Hehehe Junge Was? Edgar? Na Edgar ist hier hinter mir! Du hast Paluten ab heute? Weil er so schlecht in dem Spiel ist? Komm her Milieu Oh Gott, was war da denn los? Junge, irgend so ein Gas! Brrrrrrrrrrrr Das klingt aber auch immer. Hallo. Ich hab mich selber umgebracht. Nice one! Das klingt auch wie so ein Pokémon, Alter. Wir haben noch letztes Mal geguckt. Was ist denn das? Ach, ein Jetpack. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, ganz normales Feuer. Nein, hab ich doch schon gesagt, das ist das nice. Was hast du? Nein! Pui, 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 pui. Was machst du denn da? Ich bin hier oben, Manuel. Aber ich komme runter. Oh! Schade. Ich wollte ihn noch schlagen. Was für ein Double-KO. Ja. Das war nice. Hä, wo bist du denn? Wow, hab ich ja ein Glück. Habe ich dich getraut? Ja, ne? Ja. Ah, du Opfer. Ah! Wo bist du denn jetzt? Da. Ich bin weg. Warum hast du denn noch einen? Das ist unfair. Nein, voll daneben gelürzt. So schlecht. Alter. Komm her, Alter. Oh! Wow! Zack, Alter, jetzt gibts auf die Tresse. Oh Gott, wo bin... Junge, das war voll der krasse Schlag. Was ist das denn? Oh, oh. Haha. Alles gut. Ich hab auch einfach 40% davon bekommen. Boah, das wär so ein geiler Trickshot geworden, Alter. Aber hat nicht funktioniert. Hallo? Ach, du bist ja immer... Hallo. Warum fliegst du denn nicht? Hey, weil du mich nicht triffst. Oh, ne Angel. Oh! Schmoula! 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 Oh, joie! Alter, wie wir uns wegpfeffern. Nein! Nein, da... Oh, der Schwinkel wär perfekt gewesen, wenn er... Nein! Das war der perfekte Winkel! Oh, 152%! Als ob... Hui! Hui! Alter, wieso... Triffst du mich, du... Kranker... Leck-Hack. Leck-Hack, hack, 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 hack. Hack, 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 hack. Ja! Nein! Waaas! Schei... Als ob! Was?! Das... Was?! Das das funktioniert! Wie hat sich... Das war gar nicht so... War voll geplant. Ja! Ne! Hacks! Komm! Ich lebe! Scheiße! Ach, man! Verlegten LP! Du Arsch! Schnell hier runter. Man, ich möchte einmal in meinem Leben... Gewinng? Wollte ich das machen? Nee, ich hab schon ein paar mal gegen mich in Smash gewonnen. Nee, noch nie? Auf je, ey, natürlich. Du bist so ein mieses Schwein. Bist du tot? Ja. Oh man. Hallo, ich bin Manuel. Ich bin Manuel. Ich bin Manuel. Ich bin der Manuel. Hör auf. Hallo. Au. Komm mit in mein Loch. Okay. Ist der Ruscha Let's Play? Oh! Ich bin jetzt euer Ruscha. Euer Ruscha. Oh, warte mal. Ich hab das Gefühl, dass das nicht mehr abgewählt ist. Was denn? Alles gut. Oh Gott. Nein! Nein, Senpai. Nein, und dann fällt's... Oh Gott. Hier ist ja alles kaputt. Ich hab... Ja, ich weiß. Ich hab doch ein Pokémon abgestellt. Ein Pokémon? Ja. Pokémons. Ich suche und suche. Oh, schöner Treffer. Nein! Nice. Huiiii. Danke, Manuel. Pack, 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 pack. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich bin tot. Was? Ja, ich war tot. Oh! 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 Ich war endlos! Nein! Beim Gleichstand 2 vs. 2! Scheiße! Mann, dieser... Ohne... Wie lang gibt es schon diesen hässlichen Bug des Todes? Sechs Jahren. Ich glaub fünf oder so. Auf jeden Fall. So lang spielst du schon Smash? Bestimmt, ja. Es war nett mit dir. Wir machen jetzt gleich eine weitere Runde. Tschüss. So, Leute. Da sind wir wieder. Wir haben die Leben ein bisschen... Oh Gott! Nein, Menjel! Hochgesetzt nochmal. Jetzt ist es fehl. Weil wir hatten nur noch jeweils... Meiner hatte nur noch ein Leben und ich zwei. Aber jetzt haben wir es ein bisschen... Ja, aber nur weil du betrogen hast! Ich hab nicht betrogen! Nein! Oh! Es war so klar, ey. Es war so klar, dass du da abgammelst wie der letzte Mullock schießt. Wally, du stehst da oben, du alter Mullock! Nein! Ich bin kein Mullock! Was ist denn überhaupt ein Mullock? Weiß ich nicht! Es macht gar keinen... Keine Ahnung! Ist es... Jesus? Ja! Was hast du denn da unten wieder für ne... Spooky-Bälle? Ja, da kennst du ja... Oh! Da war das Loch! Alter, da war ein Lochi! Boah, Menjel! Wie viele willst du denn noch davon haben? Hahaha! Mich triffst aber nicht! Boah, witz du! Boah, was! Schei! Ich bin tot! Hahaha! Als ob, alter! Wie viel Prozent hast du? 209, ey! Aber wie viele Rocket Launcher hast du gefunden hast! Wie viele ich auch schon in dich reingeballert habe! Huh! Du bist doch leck! Das... das war wirklich... Also, da wär ich normalerweise... Hahaha! Nein! Ich hasse dich! Nee! Ich hab dich zum Fressen gehen! Nee, nee! Alter! Flieg doch weg! Bitte, Senpai! Hä, Mistich! Das wäre der Kriba... Hangs Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO, und nochmal, Pokémon, NEIN! Mann, das funktioniert heute nicht, weil die Server nicht so krass lägen. Ich brauch... Oh, da hast du mich... Komm! Wo bist du? Nein! Ach da! Nein! Und dann überlebt... Oh! Hilfe, nein! Nein! Ich bin in der Base! Junge! Wenn du da gelandet wärst, verlierst du ja Leben, falls du es vergessen hast. Ah, stimmt. Junge, jetzt hast du aber... ...gut aufgeholt. Mann, ich war... Oh, leil! Was war da denn? Nein! Manual! Als off! Ich hatte 39 Prozent! Wie kann mich das denn so weit wegschießen? Ja, wenn man gut trifft, dann geht's. Ich hab mich selber umgebracht und ich bin so weit weg wie noch nie zuvor. Alter! Okay, jetzt kommt es. Tschüss! Bis dann! Vor allem, da hast du dich selbst gekillt, sonst wär ich hier wahrscheinlich nochmal weggeflogen. Ja, ja. Du bist so eine... Nein! Du gammelst da oben die ganze Zeit mit den Roggenlaunchern. Gammelchen ist wieder hier entstanden. Ach komm, hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Okay, ich hör auf. Ich hör auf mit YouTube. Du hast es geschafft. Oh. Jetzt hör ich auf. Du hörst auf mit YouTube? Ja, ich geb dir meinen Kanal und meine Einnahmen. Geil! Geil! Kann ich dann endlich ein Eis kaufen? Hä? Ja. Wieso hat der denn nicht geschossen? Keine Ahnung, aber ich hoffe das tat weh. Der hatte Ladehemmungen. Ja, ja. Man kann nicht hintereinander spammen oder so. Das geht meistens nicht. Nein! Oh Gott! Komm her! Jedes Item... Komm her! Drei Roggenlauncher, aber nicht das! Komm doch her! Ne, die Roggenlauncher sind meistens... Hab ich dich getroffen? Ja, hast du. Bist du tot? Nein. Bist du da oben? Hä? Was war das denn für eine Teleportation? Ja, du hast mich hier hochgeballert. Ja, wahrscheinlich wegen meinem Roggenlauncher noch. Das heißt, ich brauche ein Item. Ich brauche ein Scheiß-Item. Bitte! Item God! Nein, Item God! Boah, wir sind relativ viel Granate. Danke. Item Buddha. Item Buddha. Da ist ein Item. Nein! Der Creeper! Wow! Nein! Nein! Du stehst da die ganze Zeit und wartest da oben immer auf neue Items! Du Lumpi! Ja, natürlich! Und ich komme einfach nicht hoch! Was ist Lumpi? Lumpi! Ich bin jetzt immer wieder unten. Damit du gewinnen kannst. Hallo! Hallo! Tschüss! Wow! War das knapp, Alter! Ha! Sie ist alle! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! It's... Nein! Oh nein! Oh du hast das Jetpack! Ja! Oh! War das... Das war so eine geile Kombo, Alter! Das war so gut! Oh nein! Oh nein! Du hast gewonnen! Guck mal ein Prozent an! Stimmt! Du hast 400... Ja, wir spielen weiter! Komm! Ja? Okay! Nein! Du bist gar nicht geflogen! Nein! Nein! P-Jesu! Du wärst du bloß pedantisch gewesen! Ja, aber eigentlich hättest du gewonnen! Ja, ach komm! Ey, Leute! Der Spielspaß zählt! Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Smash! Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da! Ich werd hier auch noch abgeschossen! Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei! Für den haben wir jetzt auch noch ein paar Videos aufgenommen! In soeren Minecraft! Schaut vorbei! Erster Link in der Videobeschreibung! Habt alle noch einen traumhaften Tag! Zieht euch die Videos rein! Tschüss! Tschüss!